Wir haben gesagt, wir machen heute ein bisschen Anatomie. Da ist natürlich erstmal so ein bisschen, was machen wir denn da überhaupt? Zum ersten Mal, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was ist eigentlich Anatomie? Das heißt, was verstehe ich darunter? Ich weiß nicht, wie gut euer Altgriechisch ist. Das werden wir als erstes klären. Dann stellen wir uns ein bisschen die Frage, woraus bestehen wir? Also so ihr, hier, ich, in was für Bausteile, was für Prinzipien kann man das aufgliedern? Und dann schauen wir uns das mal so ein bisschen genauer an, machen mal so ein paar Eindrücke und gucken mal, wie weit wir da kommen, was wir uns dann so genau anschauen wollen. Wenn man Anatomie, ich sagte eben schon, ich verwies da einmal kurz drauf, mal sich genau anschaut, das ist Altgriechisch. Wie gesagt, mein Altgriechisch ist lang her, ich hatte es noch nie. Das stammt aber aus zwei Worten. Das eine ist auf, Anna, auf, und Tomi ist schneiden oder der Schnitt. Damit weiß man auch schon ungefähr, wo das herkommt, nämlich vom Aufschneiden von Körpern. Das sind nicht nur Menschen, das waren auch Tiere oder sind immer noch Tiere, Pflanzen, alles Mögliche kann man aufschneiden in der Medizin, in der humanen Medizin, also bei uns natürlich menschliche Körper in aller Regel. Man weiß, dass das so mindestens seit 1550 vor Christus dokumentiert gemacht wurde. Also es gibt dieses Papyrus, Edwin Smith, das ist das älteste datierte Dokument, in dem sozusagen anatomische Studien beschrieben werden. Da hat jemand aufgeschrieben, was er so gefunden hat, nachdem er halt mal jemanden Totes aufgeschnitten hat. Nicht wundern, Edwin Smith, der Name kommt nicht, das ist nicht der Verfasser des Dokuments, also das war eher so ein ägyptisches Dokument. Man weiß nicht so ganz genau mehr, wo das herkommt, aus welchem Raum Ägyptens, aber ein Händler, ein amerikanischer Händler, Edwin Smith, hat das publik gemacht und bekannt gemacht. Danach ist das benannt. Die haben also die ersten, die alten Ägypter, dann später die alten Griechen, auch ein bisschen die Römer, die ersten anatomischen Studien gemacht. Die haben also aufgeschnitten und geguckt, naja, wenn ich das so vorsichtig Schicht für Schicht abtrage, was finde ich da eigentlich? Und haben so ihre Theorien dazu gemacht, wo das herkommt. Da gab es zum Beispiel einen großen Streit zwischen verschiedenen griechischen Philosophen, die gesagt haben, das Herz, das haben wir hier irgendwie gefunden, da muss der Geist des Menschen sitzen. Andere haben gesagt, damals schon vollkommener Blödsinn, das sitzt hier oben im Gehirn. Also man hat es nicht so richtig herausgefunden damals, man hatte so seine Theorien, hat die verfolgt. Im Mittelalter wurde das dann ganz lange einfach nur reproduziert, was man schon seit der Antike eigentlich weiß. Und versucht das zu beweisen, was die damals schon gesagt haben. Und dann so, ja, zur Zeit der Renaissance ungefähr, hat man das wieder aufgegriffen und hat sich mit auch der Verbreitung von tatsächlich Wissenschaft, also unvoreingenommenem Anschauen von Dingen und dann irgendwas daraus ableiten, versucht dem Ganzen neu zu widmen und noch ein bisschen zu schauen, ist das eigentlich so richtig, was wir damals alles so angenommen haben. Hier ein Beispiel von 1632, wer das Bild kennt, ist es von Rembrandt, das ist ja ein nicht ganz unbekannter Maler. Das trägt den Namen, die Anatomie des Dr. Tulp. Dr. Tulp ist der Mann mit dem Hut, der ist der Wichtigste, deswegen darf er den Hut auch im Gebäude anbehalten. Da wurde also ein Toter seziert, aufgeschnitten, angeschaut und dann durften die Zunft der Barbiere und Chirurgen, das war damals noch so einfach in Teilen, durften sich das also anschauen. Wenn man sich das nochmal ganz genau anschaut, für die, die anatomisch ein bisschen interessierter sind, wird man feststellen, Rembrandt ist sicherlich ein hervorragender Künstler gewesen und ist hier dafür auch nicht unberühmt, hat hier aber doch eine kleine Ungenauigkeit. Und zwar, wenn man jetzt einmal hier rüber geht und sich das genau anschaut, müssen wir einmal gucken, dass die Kamera mich verfolgt. Was die hier machen, ist, die sehen sich hier so einen bestimmten Muskel an. Das seht ihr gleich in Groß wahrscheinlich wieder besser. Der wird so angehoben, damit man den besonders schön sehen kann. Diesen Muskel gibt es auch tatsächlich. Der Muskel ist der Musculus Flexor Digitorum Superficialis. Das müsst ihr euch nicht merken, das ist nicht weiter wichtig, es sei denn, ihr studiert Medizin. Spannend, eigentlich müsste der an einer bestimmten Stelle im Arm ansetzen und in diesem Bild ist es leider die Falte. Also entweder ist das eine Mutation, unwahrscheinlich, oder Rembrandt hat zwar viel Wert auf die Darstellung der Gesichter zum Beispiel gelegt, aber nicht so viel auf die anatomischen Genauigkeiten. Das ist so ein bisschen, wo die Anatomie herkommt. Man hat also versucht, Körper aufzuschneiden, schon länger versucht, Körper aufzuschneiden und sich zu überlegen, was soll das eigentlich? Also warum funktionieren wir so, wie wir funktionieren? Warum kann ich meinen Arm bewegen? Hat das vielleicht irgendwas damit zu tun, was ich da drunter finde? Und letzten Endes ist das heutzutage immer noch nichts anderes. Wir können das heute ein bisschen einteilen. Und zwar in verschiedenen Ebenen, aus denen wir bestehen. Wenn ihr euch das Bild anschaut, das solltet ihr eigentlich in irgendeiner Form, so im Bio-Unterricht, so in der Schulzeit zumindest, schon mal gesehen haben. Vielleicht nicht unbedingt als Bild. Das ist jetzt ein Bild von einem sogenannten Transmissionselektronenmikroskop. Das ist hochtechnologisch und ziemlich cool. Aber so als Zeichnung zumindest, sollte man das, glaube ich, überall im Bio-Unterricht mal gesehen haben. Das ist eine Zelle. Das ist eigentlich so der kleinste Bestandteil unseres Lebens. Selbstständiges Leben ist nur in mindestens einer Zelle möglich. Alles da drunter betrachten wir nicht mehr als selbstständiges Leben. Die hat irgendwie ihren Zellstoffwechsel. Die macht irgendwas mit Proteinen und so. Klar, die gibt es also noch da drunter. Es gibt Proteine, die bestehen aus Teilmolekülen, die bestehen aus Atomen. Aber das ist sozusagen der kleinste Baustein des Lebens. Zellen. Wenn wir das so ein bisschen summieren, dann können wir das zusammenfassen. Hier mal so als Beispiel. Wir fassen Zellen, die gleiche Funktion haben, immer in so einem Verbund zusammen. Also eine Gruppe von Zellen, die eigentlich die gleiche Funktion hat, der geben wir einen anderen Namen. Das ist dann ein Gewebe. Dazu kommt beim Gewebe nicht nur die Zelle an sich, sondern quasi außerhalb der Zelle befinden sich Proteine, Strukturen. Manchmal sind das auch so Metallablagerungen quasi. Die extrazelluläre Matrix, also das Zeug außerhalb der Zellen. Das zusammen bildet dann Gewebe. Gewebe können wir unterteilen. Da gibt es fünf verschiedene Arten, sagt man so im Groben. Wir unterteilen in Fettgewebe, in Muskelgewebe, in Epithelgewebe. Das ist so eine Art Haut immer. In Binde- und Stützgewebe und in Nervengewebe. Das sind die fünf Gewebearten. Aus denen kann ich eigentlich alles zusammen basteln. Die decken so grob alles ab. Fettgewebe, vielleicht, das sagt eigentlich so jedem was, das haben wir so irgendwo hier so, Frauen auch hier so mehr. Irgendwo ist das immer. Das ist natürlich klar, das kennt ihr als Energiespeicher, wenn ihr zu viel gegessen habt, das ist natürlich nur für den Winter, damit ihr da nicht hungern müsst. Fettgewebe gibt es aber auch woanders. Also Fettgewebe haben wir zum Beispiel auch um das Herz herum oder um die Nieren herum. Das ist ein sogenanntes Baufett, das hat da eigentlich so eine polsternde Funktion. Das kann man auch aufbrauchen, also wenn man extrem dünn ist und hungert und Extremsport betreibt gleichzeitig, dann braucht man das halt auch irgendwann auf. Das ist aber eigentlich gar nicht mehr so gut. Also so ein bisschen Fett sollten wir schon haben, das ist gar nicht so schlecht. Muskelgewebe ist klar, das kennt ihr, Muskeln, Muskelzellen eignen sich immer dazu, sich zusammenzuziehen. Die können nichts anderes. Muskelzellen und Muskelgewebe zieht sich zusammen. Muss nur sagen, in welche Richtung, also wo die quasi anfangen und aufhören und dann zieht sich das zusammen. Binde- und Stützgewebe, das kennt man auch. Bindegewebe, das ist das, was nachlässt. Dann hat man Orangenhaut im Alter, Zellulite. Stützgewebe, das ist zum Beispiel Knorpel, das ist Knochen, es stützt uns. Und dann Nervengewebe. Nervengewebe, naja, wie der Name schon sagt, besteht aus den Nervenzellen, Dendriten, Akzone und so. Das sind im Grunde die Kommunikationsbahnen, die großen Kabel, die wir so im Körper verlegt haben. Gibt es auch mit verschiedenen Zellen drumherum. Spannend, und das ist dann das Letzte, was wir uns noch ein bisschen anschauen wollen, auch das Epithelgewebe, Epithelgewerbe oder so, so Mini-Heute sozusagen. Hier sehen wir ganz viele auf den Folien. Die haben ganz unterschiedliche Funktionen. Die Eigenschaft ist, die grenzen immer irgendwelche Räume ab. Also zum Beispiel unseren Körper nach außen, Haut, das ist Epithelgewebe. Das ist eine bestimmte Art von Epithelgewebe. Oder die kleiden unsere Lungen aus, von innen. Das ist eine andere Art von Epithelgewebe. Wer sich an die Anatomie, so des Thorax erinnert, da haben wir drüber gesprochen, da gibt es ja den Pleuraspalt zum Beispiel. Und dieser Pleuraspalt ist auch ausgekleidet von einem Epithelgewebe. Das heißt, das ist immer so ein Zellverbund, der sich irgendwo an irgendwelchen anderen Räumen ansetzt und da irgendeine Funktion hat. Der macht auch Drüsen, das heißt, der produziert irgendwas und stößt das aus. Oder der schützt irgendwas oder so. Das ist so Epithelgewebe. Das ist ganz faszinierend. Das ist jetzt noch nicht die ganz größte Baustelle. Also sozusagen von Gewebe sind wir ja jetzt noch nicht fertig. Sondern wir können das noch ein bisschen höher klassifizieren. Und dann kommen wir zu den Organen. Ein Organ ist, naja, im Grunde, ein Organ ist ja immer so eine Art eigenständiges Ding. Also es lebt nicht ohne uns. Aber es füllt eine relativ komplexe Funktion eigenständig aus. Hier haben wir ein Beispielorgan. Das ist die Niere. Das habt ihr vielleicht erkannt. Steht ganz viel Niere drauf. Muss die Niere sein. Gibt aber noch viel mehr. Vielleicht fallen euch ja ein paar ein. Wir haben, glaube ich, so knapp 10 Sekunden Verzug. Da kriege ich bestimmt ein paar Kommentare zu lesen, was euch so an Organen einfällt. Während ihr überlegt, Organe bestehen immer eigentlich aus fast allen fünf Gewebearten. Das heißt, da ist immer ein bisschen Muskelgewebe mit dabei. Da ist immer ein bisschen Fettgewebe mit dabei. Da ist Binde- und Stützgewebe mit dabei. Muskelgewebe, Nervengewebe und ganz besonders natürlich auch Epithelgewebe, mein Lieblingsgewebe, wie das vielleicht ihr schon gemerkt habt. Ja, ich lese hier was von einer Biolehrerin. Das ist auf jeden Fall noch kein Organ. Also die hat hoffentlich Organe, ganz viele. Darüber hätte sie dann hoffentlich auch was gut erklären können. Aber das sind also Organe. Haben wir denn schon ein paar Organvorschläge, mit denen wir uns beschäftigen könnten im Verlauf? Ich schaue jetzt unvorsichtig, äh, unvorsichtig nicht, vorsichtig in die Regie. Ich lese hier Herz, Magen und Bauchspeicheldrüse. Ja, vollkommen richtig. Herz ist natürlich ein abgeschlossenes Organ für sich. Magen ist ein Organ für sich. Die Bauchspeicheldrüse des Pankreas ist auch ein Organ für sich. Ja, hervorragend. Ja, Niere bitte nicht schreiben, das habe ich schon erwähnt. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen, also so einfach müsst ihr es euch nicht machen. Hat jemand Niere geschrieben? Ich sehe einen Kopf schütteln, ich freue mich, vielen Dank. Genau. Das ist so grundsätzlich die, sozusagen die Bausteine, Leber kommt gerade noch hinzu, sehe ich Lunge, genau, ja, perfekt. Das sind alles so die Organe, also ein Beispiel der Organe, die wir so haben. Das heißt, die Bausteine, aus denen wir bestehen, ist immer Zelle, Gewebe, Organ. Das sind so die drei Stufen, in denen wir das sozusagen subsumieren können. Und so können wir uns Schritt für Schritt aufdröseln. Ich bekomme Entschuldigung, ich muss euch das kurz vorlesen, sonst wundert ihr euch, was ich hier treibe. Ich bekomme gerade aus der Regie eingespielt, dass leider niemand auf den Gedanken gekommen ist, das Gehirn als Organ zu erwähnen. Die Regie scheint sich zu fragen, ob das daran liegt, dass das im Publikum so wenig genutzt wird. So interpretiere ich jetzt den Kommentar der Regie. Das möchte ich euch nicht unterstellt haben, sonst werdet ihr hier nämlich nicht aufmerksam und würdet hier zuhören und lernen. Oder eben mich verbessern, wenn euch was auffällt. Also Organe, große Bausteine, Gewebe, nichts kleinerer Baustein, kleinster Baustein, Zelle. Daraus bestehen wir. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt anfangen, uns gleich damit ein bisschen auseinanderzusetzen im Detail. Orientierung im Gelände. Das wäre eigentlich ein schönes Thema, dieses Quartal gewesen. So ein bisschen Karte schnappen und durch die Gegend laufen. So ähnlich können wir das im Körper natürlich auch machen. Das Blöde ist immer, wir haben wenig Koordinaten im Körper. Ich weiß nicht, ob ihr euch irgendwo welche drauf tätowiert habt. Ich nicht. Das heißt, wir müssen irgendwelche Begriffe finden, mit denen wir uns unterhalten können. Da gibt es verschiedene Optionen. Was ihr hier einmal seht, das sind größtenteils die lateinischen Namen, mit Achsen und Ebenen. Da kann man das sehr professionell beschreiben. Da wundert sich, die Hälfte der Ärzte versteht das nicht. Es sind Radiologen. Sonst wissen die nur zwei von drei Ebenen und ungefähr eine Achse. Das ist eine Möglichkeit. Ihr seht hier zum Beispiel die Transversalebene. Das ist also quasi, wenn man mich immer so von oben in unten in Schichten zerlegen. Oder die Frontalebene. Das ist, wie der Name schon sagt, wenn ihr mich von vorne immer so in Schichten zerschneidet, in der man sich bewegen kann. Die Längsachse natürlich, meine Länge eine Achse, eindimensional, nicht zweidimensional im Gegensatz zur Ebene. Das wäre eine Möglichkeit für die Orientierung im Gelände. Man kann das noch ein bisschen komplizierter machen. Und ich hoffe, ihr könnt das so halbwegs gut erkennen. Es ist relativ klein geworden, sehe ich gerade. Dann kann man das noch mit Richtungsbezeichnung. Also wir haben nicht nur Ebenen und Achsen, sondern wir haben auch natürlich Richtungsbezeichnung. Dann kann man zum Beispiel sagen, das liegt kranial, das liegt caudal. Kranial, lateinisch der Kopf. Kaudal, weiß jemand, was caudal heißt? Dann könnt ihr euch mit etwas anderem beschäftigen als Zombies. Ich vermute mal nicht, aber wir lassen das kurz stehen. Also kranial, caudal, dann könnte man sagen dorsal, ventral, lateral, medial, radial, vollkommen egal. Das sind also lauter lateinische Begriffe, mit denen wir Richtungsangaben machen müssen. Entscheidend, und das ist das, was ich daraus mitgeben möchte, ist, dass wir irgendwie eine Art brauchen, wie wir einheitlich uns verständigen können, wovon sprechen wir eigentlich gerade? Wo befinden wir uns gerade im Körper? Und in welche Richtung bewegen wir uns gedanklich jetzt mal in diesem Körper? Wenn ich sage, oberhalb, was meine ich damit? Das ist so der Punkt. Weiß jemand, was caudal ist? Ich sehe noch keine Reaktion. Ich sehe vielleicht doch Reaktion. Ich bin jetzt gespannt. Ich sehe immer das nur so indirekt, deswegen. Ja, perfekt. Das ist vollkommen richtig, wie wir ein. Ja, caudal, der Schwanz. Caudal ist, wenn ihr mal kurz an euren Allerwertesten denkt, also ich zeige den jetzt extra nicht in die Kamera, das wollt ihr nicht sehen. Da gibt es das Steißbein. Und das Steißbein ist höchstwahrscheinlich, das vermuten wir jedenfalls, ein Überbleibsel eines tierischen Schwanzes, so wie bei der Katze oder bei uns vermutlich eher vom Affen. Bestimmten Affenarten, die haben einen Schwanz. Und das ist caudal. Das nennen wir beim Menschen auch tatsächlich so. Das Blöde ist, unterhalb des Beins bedeutet caudal, also etwas anderes als oberhalb der Hüfte. Weil von hier betrachtet, caudal heißt in Richtung Hintern. Und vom Knie, jetzt muss ich doch mal hier so ein bisschen, Knie oder Fuß, das seht ihr in der Kamera jetzt nicht, ich halte gerade hier voll sportlich meinen Fuß hoch, Richtung Cauda, also Richtung Schwanz. Hier, ja, jetzt sieht man es. Hier, Cauda, das wäre dann in diese Richtung. Das ist schon irgendwie eine unpraktische Angabe. Treten wir einen Schritt zurück. Also worauf müssen wir hinaus? Wir brauchen irgendwie eine Einigung. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen, was wir uns irgendwie einigen können. Also wir brauchen keine lateinischen Begriffe, das muss nicht sein. Da können wir uns drauf einigen. Wichtig wäre aber irgendwie zu wissen, okay, wir müssen oben und unten wissen. Nehmen wir oben den Kopf oder kopfwärts, unten fußwärts, das wäre schön. Vorne heißt immer Richtung Brust oder Bauch und hinten immer rückenseitig. Also mehr so in die Richtung. Ihr seht das auf der Abbildung. Rechts und links sollten wir uns auch drüber einig sein. Das haben wir auf jeden Fall schon mehrfach besprochen. Wenn wir sagen rechts, meinen wir immer die Sicht des Patienten. Deswegen steht rechts bei mir links auf der Folie. Ich schaue den Patienten andersrum und so spiegelverkehrt. Das ist nicht, weil ich zu blöd bin, das ist Absicht. Und innen und außen sind zum Beispiel auch immer noch so passende Begriffe innerhalb des Körpers außerhalb. Das klingt ja schon viel einfacher. Da können wir uns so ein bisschen mit orientieren. Jetzt wird es noch mal ein kleines bisschen tricky. Vielleicht kennt ihr das hier. Das ist der Vitruvianische Mensch. Ich habe es extra hingeschrieben. Von Da Vinci, ca. 1490 n. Chr. entstanden. Warum nehme ich den? Wenn euch etwas auffällt an der Pose dieses Menschen, der steht ja nicht so entspannt, wie ihr vor der Kamera steht. Oder ich. Sondern die Handhaltung, insbesondere die Handhaltung, möchte ich beachten. Die Handflächen sind euch zugewandt. So. Warum? Das macht einen Unterschied. Ich kann ja so stehen, jetzt müssen wir noch mal auf die große Kamera wechseln. Und wenn ich jetzt sage, vorne an der Hand, was meine ich dann? Meine ich jetzt meinen Daumen? Meine Handfläche? Mein Handrücken? Das ist blöd. Das gleiche Problem habe ich bei den Beinen. Nein, das zeige ich jetzt nicht noch mal. Ich habe heute genug Sport gemacht. Da haben wir ein Problem. Das heißt, bei allem, was irgendwie beweglich ist, müssen wir uns darauf einigen, was ist eigentlich normal. Und deswegen hat man sich geeinigt, normal ist das, was wir im Vitruvianischen Menschen auch so ein bisschen sehen. Die Handinnenflächen sind nach vorne gerichtet. So steht natürlich normalerweise kein Mensch. Das ist keine natürliche Körperhaltung. Aber man hat sich darauf geeinigt, das könnte man eigentlich nehmen. Dann können wir uns so Bezeichnungen wie radial, das ist also zum Radius, das ist ein bestimmter Knochen, sparen. Und können sagen, können wir auch dann verwenden, wenn wir die Normalstellung sozusagen nehmen, dann sagen wir hier einfach vorne. Oder natürlich, geht genauso gut, wir können natürlich sagen, auf der Handfläche im Vergleich zum Handrücken. Da müssen wir uns nur noch beim Fuß einigen. Fußrücken und Fußfläche. Nein, natürlich nicht Fußsohle. Das ist wichtig. Nicht nur für Mediziner, damit wir tolle anatomische Abhandlungen schreiben können und berühmt werden und irgendwas unseren Namen draufschreiben können, sondern das ist natürlich auch für uns wichtig, wenn wir Sanitäter sind. Warum? Wer kann sich das vorstellen? Das dürft ihr euch mal überlegen. In der Zwischenzeit gebe ich euch, ja, ich gebe euch einfach eine Sekunde zum Überlegen. Die Zeit haben wir. Ihr schafft das. Ja, ich lese gerade, Simon weist noch mal kurz darauf hin, dass es der vitrivianische Mensch eine Zeichnung nach einer architektonischen Proportionsbeschreibung ist. Das ist vollkommen richtig. Ich habe auch überhaupt kein tieferes Interesse mit dem vitrivianischen Menschen auseinanderzusetzen. Das Spannende ist die Körperhaltung. Für mich ist das jedenfalls das Spannende. Genauso wie bei Rembrandt für mich nicht das Spannende, die Gesichter sind, sondern dass er anatomisch das nicht drauf hat. Ich bin Mediziner. Ich bin, sorry, ich bin einfach beschränkt in meiner Sicht. Haben wir schon eine Idee zu meiner letzten Frage? Nein, wir haben da noch keine Idee zu? Gut, ich lasse euch noch einen Moment drüber nachdenken. Überlegt noch mal, warum könnte für uns, das ist am Ende ein ganzes Kapitel geworden, warum könnte für uns das wichtig sein, dass wir uns ein bisschen mit anatomischen Bezeichnungen auskennen? Also so mit oben, unten, links, rechts, vorne, hinten und kaudal und kranial und wie man den normalerweise sich darstellt und vorstellt und sowas alles. Das ist nicht ganz sinnlos. Wenn wir uns jetzt also ein bisschen auskennen, ihr denkt darüber nach, wenn wir uns so ein bisschen auskennen, dann können wir jetzt anfangen, den Körper zu zerschneiden. Wir machen das jetzt bitte nicht wörtlich. Das ist immer blöd. Sondern wir machen das folgendermaßen. Wir machen das virtuell. Wir können es mal ganz einfach machen. Wir schneiden am ersten Mal das ab, was wir draußen alles nicht so richtig brauchen. Das sind die Extremitäten. Arm links, Arm rechts. Arm links, Arm rechts. Jetzt habe ich es genau falsch gemacht. Bein rechts, Bein links. Die Extremitäten. Wir haben die oberen Extremitäten und die unteren. Da seht ihr es schon. Oben, unten ist irgendwie wichtig. Die können wir also unterteilen. Dann haben wir da immer noch ein erstes Glied und ein zweites und dann irgendwie Hand oder Fuß am Ende. Das wäre schon mal die erste Ordnung. Wir können also irgendwie sagen, wir haben Extremitäten. Wenn wir Extremitäten haben, dann haben wir gleichzeitig auch was? Wir haben einen Rumpf. Und was dann noch übrig bleibt, ist der Kopf. Der wird bei manchen auch noch zu den Extremitäten gezählt. Ich weise an dieser Stelle immer gerne darauf hin, das ist die einzige Extremität, an der wir bitte kein Törnike anlegen. Wer sich an die Törnike-Schulung mit Philipp erinnert, die wir letztens hatten. An dieser Extremität bitte nicht. Das ist blöd. So, jetzt lese ich gerade im Vergleich, dass wir die gleiche Sprache sprechen, auch mit anderem medizinischem Personal und damit man uns versteht. Vollkommen richtig. Klare Kommunikation. Wir trainieren das ganz oft. Wir haben Spezialisten, die euch nur darauf trainieren, wie ihr mit anderen sprecht. Das ist natürlich das A und O. Und wenn wir hier eine einheitliche Sprache hinbekommen und ihr auch natürlich die Gegenseite versteht, also wenn wir mal in einer großen Unserhilfstelle mit einem Arzt zusammenarbeiten und der sagt, nee, das muss kranialer, dann wäre es natürlich schon schön, wenn ihr versteht, was ihr meint. So. Dafür ist das richtig, vollkommen richtig. Für das Protokoll genauso. Wenn wir im Protokoll schreiben, naja, das war so irgendwie oben links, leicht, also ein bisschen weiter rechts, als ich es erwartet hätte. Verstehe ich nicht. Wie soll ich das verstehen? Wir brauchen klare Begriffe, damit jemand, der es auch nicht sieht und vielleicht auch nicht mehr sehen kann, weiß, was ihr wo gesehen, getan, gemacht habt. Kommen wir zurück. Haben wir gesagt, wir können die Extremitäten abnehmen. Schritt 1, wir schneiden die ab. Was übrig bleibt, ist dann also irgendwie hier so der Rumpf. Hier auf der linken Seite, da haben wir die Arme nochmal dran. Ich habe keine schöne Abbildung ohne Arme gefunden. So gut sind meine Photoshop-Künste nicht. Und der Kopf. Das wäre der Rumpf. Und den können wir jetzt ein bisschen einteilen. Den können wir noch ein bisschen weiter einteilen in verschiedene Körperhöhen. Steht schon oben drüber. Körperhöhen. Die müsstet ihr eigentlich kennen. Oder? Ich glaube. Also ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Zumindest in Teilen. Diese verschiedenen Körperhöhen sind alle, und damit greifen wir quasi wieder auf den Anfang zurück, den wir hatten, ausgekleidet mit Epithelgewebe. Deswegen können wir die gut untertreiben. Mal abgesehen davon, dass da noch andere Grenzen sind. Hier in der Mitte, zwischen der roten und der lilanen, Körperhöhe, da sitzt das Diaphragma oder das Bauch, das Zwerchfell, das Bauchfell, nicht das Zwerchfell, der große Muskel, den wir zum Atmen brauchen. Wenn man das aufmacht, tatsächlich in einem Operationssetting zum Beispiel, oder tatsächlich auch in der Anatomie, wenn man da einen Menschen seziert, dann werdet ihr feststellen, das ist ganz, ganz deutlich abgrenzbar. Das sind wirklich unterschiedliche Höhlen, von denen wir da sprechen. Das heißt, es gibt also irgendwie diese Bauchhöhle, die Ab, hier auf Englisch beschrieben, als die Abdominal Cavity. Dann gibt es da unten drunter noch das kleine Becken, im Englischen nennt man das das Pelvic, oder die Pelvic Cavity, die ist quasi nach oben hin abgegrenzt, auch von einer Haut, so einer ganz dünnen, feinen Haut, und nach unten hin begrenzt vom knöchernen Becken, was da drum herum sitzt. Oben im Oberkörper, das solltet ihr schon kennen, das haben wir schon mehrfach gesprochen, gibt es diese Abgrenzung der Lungenhöhle, in der die rechte Lunge und die linke Lunge sitzt. Und in der Mitte haben wir das sogenannte Mediastinum, oder den Herzbeutel eigentlich hauptsächlich. Kann man noch mal ein bisschen genauer untertagen, ist für uns aber gar nicht so wichtig. Da oben drüber, das ist das, was hier in orange noch eingezeichnet ist, gibt es das obere Mediastinum. Das ist so eine Art Höhle, die gehört zu nichts anderem richtig dazu, deswegen ist es so eine Art Höhle zusätzlich. Da sitzen aber schon wichtige Dinge drin, aber so für uns als Sanitäter jetzt erstmal nicht so von Bedeutung. Und ich habe schon gesagt, den Kopf haben wir noch. Der Kopf ist nicht ganz alleine, wir haben noch diese Art, hier steht es beschrieben, als die Cranial Cavity, zusammen mit der Vertebral Cavity. Das ist tatsächlich so eine Haut, so ein Sack. Und darin schwimmt dann das Gehirn zusammen mit dem Rückenmark. Wenn ihr euch erinnert, Sanitätsdienstlehrgang, Rettungssanitäterschule oder was auch immer ihr so mitbringt, Bio-Unterricht ist das, glaube ich, auch irgendwann mal Thema. Das zentrale Nervensystem ist umgeben von so einer harten Haut. Die heißt auch tatsächlich einfach harte Haut, Dura Mata. Und das schwimmt dann quasi in dieser Cranial Cavity und dieser Vertebral Cavity, also im Rückenmark und im Kopf. Auch das merken. Ich frage dazu noch was an. Nämlich, warum sollen wir das jetzt eigentlich wissen? Warum bringt uns Anatomie irgendeinen Vorteil? Mal abgesehen davon, dass wir jetzt sagen, wir können uns irgendwie gut verständigen miteinander. Angenommen, da ist jetzt zum Beispiel einer und der hat starker Schmerzen im Oberschenkel. Links. Ist gestürzt, jetzt tut der linke Oberschenkel weh. Was bringt es euch, wenn ihr jetzt ein tieferes Verständnis von diesem Oberschenkel hättet? Oder mit dem tieferen Verständnis, was ihr vielleicht schon habt? Naja, das möchte ich jetzt einmal kurz erklären und dann könnt ihr euch, bei den nächsten dürft ihr euch selber austoben. Wenn man da so ein richtig tiefes Verständnis hätte, dann könnte man zum Beispiel wissen, wie die Muskeln verlaufen. Das hier ist so eine schematische Abbildung, die ihr hier seht, das bloß nicht merken. Ja, alles nicht wichtig. Aber das ist eine schematische Abbildung der Muskeln, die wir im Oberschenkel haben und genau genommen einer bestimmten Gruppe der Muskeln, die wir im Oberschenkel haben. Und wenn ihr jetzt genau wüsstet, wie die verlaufen, wie die funktionieren, wie die ansetzen, das heißt, an welchen Knochenpunkten die sich befestigen. Muskeln müssen sich ja immer an irgendwelchen Knochen festhalten. Dann könntet ihr jetzt zum Beispiel sagen, wenn ihr jetzt also vor euch steht und sagt, ich kann einfach, was weiß ich, ich kann mein Knie nicht mehr richtig beugen oder nicht mehr richtig strecken, dann könntet ihr euch damit auseinandersetzen und sagen, wenn das nicht mehr strecken kann zum Beispiel, was passiert denn da? Die Kniescheibe bewegt sich gar nicht mehr. Ah, jetzt erinnere ich mich an meinen Anatomie-Kurs. Das muss folgender Muskel sein, der macht das normalerweise. Wenn das jetzt nicht passiert, dann ist wohl irgendwas an diesem Muskel kaputt. Das wäre ein mögliches Szenario. Dafür bringt uns das was. Was kennt ihr noch aus dem Bein zum Beispiel, was euch hilft, einzuschätzen, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht? Naja, im Bein verläuft eine große Beinarterie. Die große Beinarterie. Wenn ihr wisst, dass die da liegt und wenn ihr am besten sogar noch so grob wisst, wo die liegt und jetzt kommt einer und da steckt irgendwas in diesem Bein drin, dann könnt ihr euch relativ zügig ausmalen, ist es gefährlich oder ist es nicht. Vielleicht weiß ja noch jemand, so grob, wo diese Arterie langläuft. Eine Arterie. Schon mal gesehen, schon mal gehört, schon mal getastet. Denkt mal drüber nach. Jetzt gehen wir auf das, was ich gerade sagte. Ich werde euch noch was fragen. Erinnert ihr euch noch an das Thema Spannungspneumotorix? Das hat jeder von euch garantiert schon 15 Mal gehört in seinem Leben. Vielleicht 5. Aber also mehrfach. Einigen wir uns auf mehrfach. Warum könnte das wichtig sein, dass ihr euch so ein bisschen mit Körperhöhlen auskennt? Warum helfen euch Körperhöhlen? Erinnert euch an diese Abbildung eben mit dem Blau und Lila und Orange und Grün und so. Warum könnte da das wichtig sein, wenn ihr jetzt über den Spannungspneumotorix nachdenkt, dass ihr euch so ein bisschen mit den Körperhöhlen auskennt? Schreibt doch mal was rein. Denkt dran kurz, wie wir den Oberkörper, den Thorax unterteilen, in welche Körperhöhlen. Überlegt noch mal kurz vielleicht, wie funktioniert denn so? Also was macht so ein Spannungspneumotorix? Wie kommt es dazu? Was ist das Gefährliche da dran? Ich befürchte, ja, ich höre schon, ihr seid alle Schreibvau. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann also, arbeiten würde ich das jetzt auch nicht nennen. Aber ich kann es nicht. Es funktioniert nicht. Wenn ihr euch noch mal vor das innere Auge, wir schaffen das auch ohne Schreiben. Wenn ihr es vor das innere Auge euch ruft, wie so ein Spannungspneumotorix funktioniert. Ja, jetzt kommt doch was. Ah, ich freue mich. Ich muss es nur noch verstehen. Das ist jetzt klare Kommunikation. Wir haben da gerade drüber gesprochen. Klare Kommunikation ist hier wichtig. Gefahreneinschätzung habe ich jetzt. Ja, das ist schon mal eine genau richtige Richtung. Tim, Gefahreneinschätzung, damit man sie mit der Nadel findet. Ah ja, du möchtest da reinpiksen. Ja, das auch. Bodycheck fühlt es sich normal an. Ja, vollkommen richtig. Auch das. Aber insbesondere die Gefahreneinschätzung, das mag ich. Ich hole mal die entsprechende Abbildung dazu. Wenn ihr euch noch so grob erinnert, Spannungspneumotorax, irgendwo ist ein Loch im Thorax, das hat so eine Art Ventilfunktion. Und die Lunge fällt jetzt zusammen. Und das außerhalb der Lunge, in dieser Körperhöhle der rechten Lunge, das ist eine abgegrenzte Körperhöhle, wir haben gesagt, die ist ausgekleidet von so einer Haut, dehnt sich immer weiter auf, wie ihr das hier auf der rechten Bilderseite seht. Dann drückt das auf die anderen Körperhöhlen. Und das Blöde, in diesem Fall Blöde, muss man sagen, normalerweise ist das gar nicht so blöd. Aber das in diesem Fall Blöde ist, dass diese Körperhöhle vergleichsweise stabil ist. Das heißt, das kann sich nicht gleichmäßig verteilen, dieser Druck, weil die Körperhöhle aufreißt sozusagen. Sondern das ist stabil eingeklemmt dort und drückt dann schön auf die Körperhöhle in der Mitte, das Mediastinum, auf die linke Körperhöhle in diesem Fall. Das heißt, auf die linke Lunge noch mit, und dann haben wir ein Problem, weil dann drücken wir unser Herz ab. Effektiv können wir dann Herz-Kreislauf-Stillstände mitproduzieren. Euch hilft das erst einmal nur zu sehen, okay, ist blöd, muss ich beheben, gefährdet das Leben meines Patienten. Und wenn ihr einen Schritt weiter seid, also wenn ihr zum Beispiel Notfallsanitäter seid, wenn ihr Ärztin oder Ärzte seid, dann hilft euch das noch einen Schritt weiter, weil dann könnt ihr genau das machen, was der Tim sich schon überlegt hat, wir müssen nämlich reinpiksen. Und jetzt dürfen wir nicht irgendwo reinpiksen, sondern wir brauchen eine bestimmte Stelle und dann müssen wir wissen, über der Rippe oder unter der Rippe, weil auf einer Seite verläuft eine Arterie, das ist blöd, auf der anderen verläuft keine Arterie, das ist besser. Das ist dann angewandte Anatomie. Ein Beispiel dafür. Ich habe noch ein zweites. Wenn wir uns überlegen, Patient mit Bauchschmerzen. Wenn der ankommt, sagt er erst mal, mir tut der Bauch so weh. Ganz, ganz viel. Wie kann uns da Anatomie helfen? Was hilft uns, wenn da jetzt jemand vor uns sitzt, sagt, Bauch? Was hilft uns da, wenn ihr so ein bisschen einen Überblick habt, zum Beispiel über eine bestimmte Körperhöhle, also in diesem Fall die Bauchhöhle? Auch da, ich bitte um Kommentare. Wie nähert man sich dem? Während ihr fröhlich kommentiert, wie nähert ihr euch dem am besten? Naja, überlegt mal so grob, wie denn so der Bauch aufgebaut ist. Wir haben gesagt, Bauchhöhle, irgendwie zwischen Zwerchfell und unten ist so noch das kleine Becken. Also da ist ja irgendwie alles so am Bauch drin. Was liegt da so drin? Ist das da überall immer gleich? Bewegt sich manches, bewegt sich manches nicht? Kurz drüber nachdenken. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Seid ihr immer noch schreibfaul? Es gibt nur falsche Antworten. Wie immer. Ihr kennt mich doch. Ich mache euch immer fertig, wenn ihr was schreibt. Klar. Gar nichts, gar nichts. Ich bin tief enttäuscht. Ihr macht mich traurig heute. Na gut, dann machen wir auch das gemeinsam. Machen wir auch das gemeinsam. Bauch. Wenn ihr euch kurz fragt, was das für graue Striche sind, das sind keine Organe, von denen ihr noch nie gehört habt, sondern das obere Graue soll quasi den Abschnitt der Rippenbogen, die hier noch so ein bisschen über den Bauch reichen, nicht nur im Thorax, so ein bisschen über den Bauch reichen, sein und unten, das ist ungefähr die Höhe der Beckenschaufeln, die da so sitzen. Pi mal Daumen. Die sollen nur so grob zur Orientierung. Wir hatten Orientierung heute schon. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann wissen wir, bestimmte Dinge sind relativ beweglich im Bauch. Das ist zum Beispiel der Dünndarm, der da ganz in der Mitte in Orange sitzt. Aber andere Dinge sind fest. Die bewegen sich garantiert nicht. Das ist zum Beispiel die Leber. Das ist die Milz. Das ist der Magen. Das sind so Organe, die sind ziemlich fest. Ortsständig. Und wenn wir uns das bewusst sind, dann können wir jetzt also den Patienten fragen und dann fragen wir den Patienten, wo tut es denn genau weh? Und dann sagt er zum Beispiel, ah, so hier, so da so. Dann können wir aufschreiben, ah, rechter Oberbauch zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Wir teilen, ich gehe nochmal rüber an die Folie, dann kann man das so ein bisschen besser sehen. wir teilen, ich warte noch kurz, bis ich wieder im Bild bin, sehr schön, ja, wir teilen den Bauch immer so ein bisschen ein, ihr erinnert euch vielleicht, man kann das so schön einteilen in vier Quadranten, ja, dann machen wir rechts und links und oben und unten, ja, man teilt das ungefähr um den Bauchnabel, schneidet das sozusagen hier gedanklich einmal durch, bitte nicht den Patienten in echt durchschneiden, das ist echt uncool, ja. Hier können wir das also eintragen. Und wenn dann so sagen, oh, hier, da, da, da drückt so, dann ist das also der rechte Oberbauch zum Beispiel. Und dann können wir jetzt ein bisschen überlegen, na, was kenne ich denn, was da so sitzt, na ja, da ist Dickdarm, das kann also einfach, wenn er ein bisschen, ein bisschen festsitzende Luft oder so irgendwie da hat, ja, das könnte sein, was habe ich da noch, ja, ich habe die Leber, vielleicht, weiß ich nicht, kann die Leber wehtun, hm, mal schauen, ja. Und dann haben wir noch eine Gallenblase da drunter sitzen, kann die wehtun? Ich glaube, ich habe da mal was von gehört, Gallenblase könnte zum Beispiel wehtun. Wenn hinten rechts wehtut, dann ist das Organ nicht oben links. Ja, genau, ja, genau darauf will ich hinaus. Dann ist es eher nicht das Organ oben links, ja. Das ist Anatomie, ja. Wissen, wo es ist und wenn es dann ungefähr da wehtut, dann spricht das, das ist ja vielleicht eine Idee, dass es das Organ ist, was es verursacht. Das heißt, wenn jemand sagt Bauchschmerzen und wir haben so ein Grundverständnis von Anatomie, dann können wir uns überlegen, können wir das ein bisschen eingrenzen. Natürlich können wir das nicht sicher sagen, klar, ja. Aber wir können zumindest in die Richtung gehen und ein bisschen genauer überlegen und dann vielleicht auch abschätzen, wie wichtig ist das, ja. Das lese ich hier gerade, wenn wir zum Beispiel im rechten Unterbauch haben, dann könnten wir den Blinddarm exakt, ja. Der Blinddarm, den seht ihr hier unten, noch seht ihr mich hier im ganzen Bild, angebaut, ja. Der sitzt meistens, muss man sagen, im rechten Unterbauch, ja. Meistens. Dann gibt es noch ein paar andere Erkrankungen, Morbus Crohn, so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die kann das machen, ja. Das wäre so ein typisches Beispiel, ja. Das hilft uns also, das ist Anatomie, ja. Mehr ist das gar nicht. Aufschneiden, gucken, was ist wo, ja. Und sich überlegen, könnte das wehtun, ja. Aufgeschnitten hat man es früher, heute wissen wir das schon ohne aufschneiden, ja. Wir können das auch noch in einem dritten Beispiel uns veranschaulichen. Da kommen wir so ein bisschen auf das, was Mark gerade schon angesprochen hat. Was ist mit einem Patienten mit Rückenschmerzen? Der kommt und sagt, hmmm. Nicht gut, nicht gut, ja. Auch da, Anatomie. Was haben wir denn im Rücken? Was sitzt da? Grob überlegen. Erneut, ihr dürft ein bisschen nachdenken. Was sitzt im Rücken? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, das wäre doch eine Idee. Im Rücken natürlich die Wirbelsäule, ja. Klar, Wirbelsäule. Kann der Knochen selber wehtun? Der Knochen eigentlich nicht, aber da sitzt eine Haut drum, die könnte wehtun. Das ist aber eher selten. Gibt es auch, aber ist eher selten. Was haben wir da noch? Wir kennen das, die Bandscheibe. Da, dieses hübsche blaue auf der linken Seite, auf der linken Abbildung, die Bandscheibe. Die Bandscheibe selber kann überhaupt nicht wehtun. Das hat keinen Nerven, das kann nicht wehtun. Aber wer kennt es nicht, der Hexenschuss oder den Bandscheibenvorfall, das drückt dann schön aufs Rückenmark und ihr erinnert euch, Rückenmark, das war irgendwie so eine Verlängerung des Gehirns. Das tut schweinemäßig weh, wer es schon mal gehabt hat, wird mir da sicherlich zustimmen. Das wäre so eine Möglichkeit. Bandscheibe. Aber ich sehe gerade, Simon hat das wohl geschrieben dazu, da sitzt auch noch die Niere an einer bestimmten Stelle. Also die Nieren, wir haben meistens zwei, die sitzen, wenn man sich das rechte Bild hier anschaut, auch im Rücken. Relativ nah sogar. Das heißt, manchmal äußert sich auch so ein Rückenschmerz, eigentlich kommt er dann gar nicht so richtig vom Rücken, sondern von dem Ding leicht daneben. Das kann man dann genauer unterscheiden. Das wollen wir jetzt nicht machen. Wir machen heute nicht Schmerzen unterscheiden im gesamten Körper. Aber das ist auch so eine Idee, auf die man mal kommen kann. Und natürlich, auch das lese ich gerade von euch richtig, zwischen den Wirbelkörpern treten Nerven aus. Auch das, Anatomie, wenn diese Nerven austreten, auch die können angequetscht werden. Natürlich. Ganz besonders, wenn man sich mal irgendwie blöd bewegt, und dann ist der angequetscht, dann tut das weh, dann ziehen sich die Muskeln zusammen, dann tut das noch mehr weh, dann ziehen sie sich noch mehr zusammen. Das ist so ein blöder Teufelskreis. Das gibt es auch. Anatomie. Das ist Anatomie. Deswegen ist Anatomie interessant für uns. Selbst wenn wir sagen, ich bin Sanitäter, ich brauche jetzt nicht wissen, was der Waldayer'sche Rachenring ist. Das ist nicht wichtig. Ja, das ist Anatomie. Aber es ist nicht alles Anatomie. Nicht alles ist direkt durch Anatomie offensichtlich. Ich habe mal beispielhaft mein Lieblingsorgan mitgebracht. Das Herz. Herzschmerz, jetzt nicht im übertragenen Sinne, sondern im sehr wörtlichen Sinne, beim zum Beispiel beim Herzinfarkt, das ist ja das klassische Beispiel inzwischen, wo man weiß, ein Herzinfarkt tut eigentlich sehr selten am Herzen weh. Sondern meistens, ihr kennt das ja klassisch, Männer sagen eher so linke Schulter, ganz oft Frauen haben viel mehr ganz diffus. Entweder es ist der Oberbauch oder es ist der Rücken oder es ist der Unterkiefer oder es ist gar nichts davon. Also es passt nicht immer alles auf den ersten Blick. Man kann das dann genauer erklären, wenn man sich so ein bisschen Embryologie noch anschaut. Das mache ich heute nicht. Die Embryologie-Vorlesungen habe ich immer selber nicht verstanden. Jedenfalls lange nicht verstanden. Behaupte, jetzt geht es so halbwegs. Aber auf den ersten Blick ist das nicht dann ganz offensichtlich. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Anatomie natürlich immer noch mit ein bisschen Denken kombinieren. So ein bisschen Wissen kombinieren, das wir haben. Ja, Anatomie. Ich lese gerade noch Herpes Zoster. Herpes Zoster, klar, auch Herpes Zoster, das ist eine Virusinfektion, kann einen entsprechenden Schmerz machen. Das ist ein Virus, das in Nervenzellen drin sitzt und dann, wenn das mal wieder hervorkommt, entzündet sich das. Ihr kennt das vielleicht. In so einem ganz fest definierten Areal tut es fürchterlich weh. Genau. Ich verstehe. Das Hause Krause, im Hause Krause wird gekämpft. Ich bin fasziniert und verfolge das im Verlauf weiter. Also es ist nicht alles Anatomie, die sofort offensichtlich ist, aber sie kann uns eben doch ganz oft helfen. Und wenn ihr dann dasteht und sagt, ich weiß nicht so richtig, was mit diesem Patienten los ist, braucht er meine Hilfe, brauche er sie nicht, brauche er sie sofort, brauche er sie später, dann kann man sich da mal versuchen, so ein bisschen mit auseinanderzusetzen, Gedanken drüber zu machen, in einer stillen Minute das mal im Internet nachzuschlagen. und vielleicht hilft das dann ja. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, fragt. Also wenn ihr welche habt, fragt. Wenn ihr keine mehr habt, fragt auch. Ansonsten würde ich euch an dieser Stelle einen schönen Restabend wünschen. Es hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es auch gefreut, dass ihr da wart. Wir werden gerne offene Fragen jetzt noch klären, wenn die sofort kommen. Ansonsten sitze ich ja noch ein bisschen hinter dieser Kamera hier quasi und dann können wir ein bisschen chatten. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich leihne meine Anatomie-Atlanten gerne aus. Bitteschön. Für allgemeine Fragen soll ich noch hinweisen, die wohl gestellt wurden oder noch gestellt werden. Kommt gerne gleich noch mal Nico ins Bild nach einer kleinen Umbaupause und der üblichen Doku über Flugzeugträger, falls wir die noch auf Lager haben. Bis dahin, schönen Abend, spendet fleißig, wir sehen uns. foftet und da ist es ein bisschen Vielen Dank.